Gut, dann schauen wir mal. Ich kann Ihnen versichern, es gibt keinerlei Anlass, sich Sorgen zu machen. Also, dein Gewicht wird deutlich zunehmen, Fett ist flüssig, es wird sich von den Bereichen um die Hüften nach vorne auf den Bauch verlagern. Ja, zudem wird es relativ schnell zu einer verstärkten Behaarung im Gesicht, auf der Brust und an den Armen kommen. Deine Brüste werden nicht verschwinden, dafür ist ein chirurgischer Eingriff notwendig. Doch die gute Nachricht ist, deine Menstruation wird schwächer werden. Ein Glück. Auch jungen Männern macht die Periode zu schaffen. Es war nie leicht für sie, äh, ihn, uns, es war wirklich nie leicht für uns. Das T, das Testosteron, das deinem Körper im Rahmen der Hormontherapie verabreicht wird, wird dazu führen, dass die Regelblutung fast ganz ausbleibt. Da Ray erst 16 ist, das hier ist die Einverständiserklärung, die beide Elternteile unterschreiben müssen. Hey Leute, ich bin ziemlich happy. Ich hab nämlich zwei Kilo zugenommen. Naja, ich bin trotzdem noch ganz schön dünn, aber das ist schon mal ein Anfang. Genau.